Die 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 Sau-mäßig schlechtes PS4 Intro? Check! Facecam? Check! Billiger Anime Hintergrund der sehr billig erstellt wurde? Check! Kissen, damit ich etwas größer aussehe, als ich eigentlich bin. Check! Und damit herzlich willkommen zu unserem kleinen Vorstellungsvideo hier auf unserer Youtube-Seite. Ich bin immer noch Gazinmi und wir reden heute so ein bisschen darüber, was hier denn so kommen wird. Und wie ihr es vielleicht merken könnt, bin ich vielleicht so ein bisschen nervös. Vorstellungssachen sind halt nicht so meine Sache und dich selbst beim Reden zu sehen ist etwas seltsam. Denn das wird hier gerade sehr billig auf der PS4 hergestellt, anstatt mit meinem Aufnahmegerät, wie man es vielleicht am Ton auch schon hören könnte. Für die, die meine Seite schon kennen. So halte ich es übrigens an, wenn ich das Mikrofon hier benutzen würde. Weil ich das andere leider nicht anschließen kann, weil ich dafür zu blöd bin. Aber nur gut, jetzt reden wir einfach erstmal darüber, was wir hier so machen. Auf unserer Seite werdet ihr alles zum Thema Gaming finden, abgesehen von Minecraft und so etwas. Da bin ich nicht so ein Fan von. Aber wenn ein Horrorspiel dafür rauskommt, könnt ihr euch sicher sein, dass ich spielen werde. Denn Horror hat auf dieser Seite einen sehr großen Schmelzpunkt, was auch immer. Und ja, also wie gesagt, Horror sehr viel. Es werden aber auch noch andere Sachen kommen. Bin ich mir noch nicht sicher. Hatte mir schon etwas überlegt, aber so etwas wie Call of Duty will ich hier einfach nicht bringen. Das ist einfach nicht so mein Stil. Und weil ganz ehrlich, ich bin einfach scheiße in Call of Duty. Ich habe immer noch keinen Diätamizer, aber darüber brauchen wir jetzt hier nicht reden. Wie gesagt, es kommen noch andere Sachen, wo ich halt noch natürlich drüber nachdenken muss. Was auf jeden Fall kommen wird, sind paar kleine Reviews zu Mangas und Animes und so. Also wenn euch das nicht interessiert, dann vergesst das einfach, dass ich das gesagt habe. Aber es wird kommen. Ihr könnt es ja einfach ignorieren. Und ja, das war eigentlich so zum Großteil, was hier so laufen wird. Alles, was ihr hier seht, wird auf der Xbox 360, der Playstation 4 und später vielleicht auch noch auf dem Laptop, meinen sehr teuren Laptop aufgezeichnet, wenn ich dann endlich mal schlau genug bin, die HD-PVR-Rocket dazu zu bringen, auch auf meinem Laptop zu funktionieren. Aber sprechen wir doch noch mal ein bisschen über den Content. Es wird so ein bisschen das standardmäßige Zeug kommen, was ich mir einfach in den Kopf gesetzt habe. Wie zum Beispiel neun Wahrheiten und eine Lüge über die Welt oder über mich oder über anderes. Das war einfach so ein bisschen Standard zu Nebenbei-Videos. Bei den Reviews werde ich halt einfach sagen, was ich darüber denke. Werde euch vielleicht Mangas empfehlen, wenn ihr welche wollt. Wollt? Wie, 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 was auch immer. Wahrscheinlich sind es zum Großteil Yaoi und Yuri Mangas. Mag ich. Und ja, wahrscheinlich bei den Animes ähnlich. Aber es wird auch noch anderes vorkommen. Ihr seht schon, ich stelle mich dabei wahrscheinlich grad ziemlich blöd an. Und ihr denkt euch nur, oh mein Gott, was macht der da? Das ist doch komplett scheiße. So Vorstellungszeug ist nicht wirklich mein Ding. Aber ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Und hat euch vielleicht ein bisschen dazu bewegt, ein oder zwei Videos mal kurz anzusehen. Oder vielleicht mir zu folgen. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Yay. Ihr seid endlich erlöst. Dann hoffe ich, man sieht sich im nächsten Video wieder. Goodbye. Achja, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die auch einfach in die Kommentare schreiben, was eigentlich vollkommen klar war. Aber ich erwähne es einfach nochmal, um euch diesen Gedanken vielleicht mal in den Kopf zu setzen. Und was ich noch vergessen habe am Anfang zu sagen. Saumäßig schlechter Hintergrund. Check. Bis dann.